Hallo liebe Hexenkissen, liebe Podcast-Hörer, wir sind jetzt in einer kleinen Pause, wir sind ab Februar, Mitte Februar wieder für euch da und jetzt nach den Raunächten genießen wir erstmal ein bisschen Ruhe und Verarbeitung und freuen uns dann auf neue Folgen ab Mitte Februar für euch. Bis dahin, macht's gut.